Wow, was für ein Tag. Jetzt kann ich bloß hoffen, das ist keine weiteren Überraschung mehr. Was zum? Wer bist denn du jetzt? Ich? Mich hast du bestellt. Ein Blühspeer für 500 Euro? Ach so, ja, der Code. 600 Euro? Automatisch bestellt? Und du sollst 600 Euro wert sein? Was kannst du denn bitte? Also, vor allem, kann ich sprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nichts Gutes sein kann. Ha, wie deine Videos. Verdammter Eisbär, nenne deinen Namen, du Frächer. Ich bin Spoilerbär. Spoilerbär? Wieso denn Spoilerbär? Tja, ich weiß, was in den nächsten paar Tagen so passiert. Also kannst du Dinge vorhersagen. Ja, aber ich verrate sie auch ganz frech. Was? In der nächsten Folge Hilf mir wird wieder mal geklaut. Hey, das wollte ich selber sehen. In einem von deinem Türchen wirst du von allen im Stich gelassen. Bitte was? Ich bin tausendmal süßer als du. Das hast du ja gar nicht zu entscheiden. Der Weihnachtspulli wird bis Dezember 22 nicht mehr gewaschen. Das ist reine Spekulation. Du weißt, dass es stimmt. Und weil ich alles weiß, übernehme ich den Shit hier jetzt. Du willst den Adventskalender übernehmen? Bin ich denn verrückt? Nur das Video. Leute, kommt auf meinen Kanal. Spoilerbär. Irgendwann gibt es da auch mal was. Und das ist natürlich besser als der Shit von hier. Warum bist du so unhöflich? Na, ich habe doch recht. Los rein in die Beschreibung auf meinen Channel. Abonnieren und abwarten. Und nun macht es gut, Leute. Ein... Ein Plüschtier hat Werbung auf meinem Kanal gemacht. Ich bin kein Plüschtier. Ich bin kein Plüschtier. Ich bin kein Plüschtier. Ich bin kein Plünen.